Was ist eigentlich eine biblische Kirche? Das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage, vielleicht eine der wichtigsten praktischen Fragen überhaupt für Christen. Es gibt ja heute eine unüberschaubare Zahl von Gemeinden, von Kirchen, Landeskirchen, Freikirchen, christliche Hausgemeinden bis hin zu pseudochristlichen Sekten, mehr als je zuvor. Und das ist auch verwirrend. Viele Christen sind unzufrieden in ihren Kirchen oder Gemeinden, haben so ein nagendes Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt mit ihrer Gemeinde, aber man weiß nicht genau was. Und dann wechselt man halt alle paar Jahre mal die Gemeinde. Aber viele wissen gar nicht so recht, wonach sie eigentlich suchen sollen. Und dann gibt es andere, die wechseln nicht, die sind vielleicht immer noch in der Kirche, wo sie aufgewachsen sind, aber fragen sie auch, ist das wirklich Kirche, wie sie sein sollte? Ist das wahre biblische Kirche? Bin ich hier richtig? Alle Kirchen sagen natürlich, wir sind biblisch, wir sind christlich. Behaupten tut das natürlich jeder. Aber gibt es Kriterien, woran machen wir das fest? Wie definiert man eigentlich Kirche? Eine Standarddefinition ist, die Kirche ist die Versammlung von allen, die an Jesus Christus glauben. Die Gemeinschaft der wahren Gläubigen, das ist eine gute und auch eine biblische Definition. Aber wo sehen wir das, alle wahren Gläubigen? Das ist ja schwer, das ist unmöglich, das objektiv zu beurteilen. Schon in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten gab es genau dieses Problem. Neben der Kirche, neben den Kirchen hat sich sehr schnell eben auch eine Vielzahl von Sekten entwickelt. Äußerlich haben die auch nicht anders ausgesehen und ihre Mitglieder auch nicht. Und deshalb musste man Kriterien finden, um zu beurteilen, was die wahre Kirche ist und wo sie ist. Genauso war es dann wieder in der Reformation. Die Reformatoren mussten begründen, warum die römisch-katholische Kirche diese Kriterien eben nicht mehr erfüllt. Und umgekehrt mussten sie begründen, dass sie selber, also die protestantischen Kirchen, diese Merkmale sehr wohl erfüllen. Objektive Kriterien, die jeder nachprüfen kann. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie wir manchmal denken. Was sind diese biblischen Merkmale? Da können wir anfangen beim Missionsbefehl, den Jesus Christus seinen Jüngern der damaligen Kirche und der Kirche für alle Zeiten gegeben hat. Was sagt Jesus in Matthäus 28? Und das ist die Kirche, wenn sie das tut. Jünger machen durch die Predigt des Evangeliums, indem sie sie dann tauft. Das sind die Sakramente, auch wenn hier nur eins erwähnt wird. Und indem sie diese Jünger dann lehrt zu halten, einzuhalten, zu tun, was Jesus uns befohlen hat. Nicht so kompliziert. Die Reformation hat diese drei Dinge aufgegriffen in eigentlich allen ihren Bekenntnissen. Die drei Merkmale einer wahren Kirche. Die reine Predigt des Evangeliums, die biblische Praxis, der Sakramente und die Kirchenzucht im Zusammenhang mit diesen Merkmalen. Und das sind nachprüfbare und objektive Kriterien. Die hängen nicht ab von der Frömmigkeit der Mitglieder dieser Kirche oder der Pastoren. Da muss ich nicht erst nachforschen, ob die da auch wirklich gläubig sind, wie auch immer ich das anstellen möchte. Drumherum ist vielleicht trotzdem vieles mangelhaft. Die Musik gefällt mir nicht. Da sind zu wenig Programme vielleicht für die Kinder oder für uns selbst. Vielleicht gefallen uns auch die Leute nicht, die da hingehen oder was der Pastor anhat. Aber wenn diese Dinge da sind, ist es trotzdem eine wahre biblische Kirche. Was bringen uns jetzt diese Merkmale? Rein praktisch. Wir können dann prüfen, wird da, wo ich bin, wo ich hingehe, zu Besuch oder als Mitglied, wird da das Evangelium rein gepredigt? Was muss da drin sein eigentlich? Auf jeden Fall müssen natürlich die Eckdaten drin sein. Jesus Christus, der echte Sohn Gottes, ist echt Mensch geworden von einer echten Jungfrau Maria. Er hat ein sündloses Leben gelebt, ist stellvertretend für uns Sünder am Kreuz gestorben als Opfer. Als Opfer, das wirklich nötig war für uns. Das Evangelium setzt auch die richtige Diagnose von uns, von Menschen als Sünder voraus. Als echte, verdammenswerte Sünder. Und dass Gott unsere Sünden Jesus zugerechnet hat. Seine Gerechtigkeit uns. Also die Rechtfertigung. Ohne die haben wir kein reines Evangelium. Ohne die haben wir keine wahre Kirche. Was sind dann die Sakramente, die Jesus eingesetzt hat? Das sind die Taufe und das Abendmahl oder Herrnmahl. Das sind echte Gnadenmittel. Da macht Gott uns das Evangelium noch deutlicher. In den Sakramenten geht es nicht vor allem um uns, um unseren Gehorsam, um unsere Hingabe. Sie sind Gottes sichtbare Versprechen an uns. Sie sind Zeichen und Siegel des Evangeliums. Und das heißt, eine Taufpraxis, wo zum Beispiel unseren Kindern Gottes Versprechen und dann das Zeichen der Taufe einfach weggenommen werden, das ist nicht die biblische Taufe. Oder ein Abendmahl, an dem nur die teilnehmen dürfen, die angeblich nicht mehr sündigen. Oder ein Abendmahl, das uns nicht mehr spürbar und schmeckbar zeigt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er uns jetzt ernährt und stärkt im Glauben. Das ist nicht mehr das biblische Abendmahl. Und Kirchenzucht, eine Kirche, in der die Aufseher, die Ältesten, keine Aufseher sind, in der es den Hirten mehr oder weniger egal ist, was die Mitglieder machen aus der Lehre Jesu, ob sie sie glauben, ob sie sie halten, ob sie danach leben oder nicht. Eine Kirche, die ihre Mitglieder nicht an ihre Taufe erinnert oder der es egal ist, wer am Herrnmahl teilnimmt oder überhaupt, wie ihre Mitglieder leben. Das ist keine wahre biblische Kirche mehr. Völlig egal, was für tolle Programme sie vielleicht sonst noch auf die Beine stellt. Diese Merkmale definieren die Kirche, was sie ist, aber auch ihre Mission, was sie zu tun hat. Und wenn sie das tut, bei allen anderen Mängeln, die es dann trotzdem noch gibt, dann ist sie eine wahre biblische Kirche. Und das ist, wie gesagt, gar nicht so schwer zu überprüfen. Aber das ist wichtig. Es ist wichtig, weil es wichtig ist, genau zu dieser Kirche zu gehören. Wichtig für unser Heil. Weil es seelsorglich wichtig ist für uns, dass wir für uns selbst ganz überzeugt sind, in der richtigen Kirche zu sein. Weil da, nur da, unser Glaube auch über die Jahre gestärkt wird und wächst. Nur in der wahren Kirche Jesu Christi können wir froh und gewiss sein, dass wir wirklich lebendige Glieder sind an seinem Leib und auch bleiben. möglichen Wichtig zu sein. Vielleicht ist die Kirche, wir bemehr mit dem Wichtigsten. Untertitelung des ZDF, 2020